ARD Text im Auftrag von funk Hey Leute, geht das Start-Up, es ist mal cool! Ja! Und ich tanze durch die Galaxie Und singe und hoffe wie noch nie Auf ein gutes Ende in diesen Sphären Ich werd mich nie gegen Liebe wehren Wunderbar, ist ein sehr gechilltes Festival auf jeden Fall Ist richtig gut Das Schöne hier an dem Festival ist ja einfach, dass relativ unbekannte Künstler sind Die sehr gute Stimmung machen einfach Tolles Wetter, tolle Atmosphäre, tolles Gelände Sehr nette Organisation auch, die einem an der Hand nimmt und durch das ganze Wirrwarr hier durchführt Auf Wiedersehen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020